Tja, eigentlich sind wir mitten im Hochsommer und gleichzeitig ist es ziemlich kühl. Und wenn wir mal auf den Atlantik rausgucken, dann erinnert diese Wetterlage sogar so ein bisschen an Winter. Denn tatsächlich ist es so, dass sich eine nordwestliche Strömung ausprägt und später sogar am Mittwoch eine Nordströmung. Und das bringt im Winter immer sehr viel Schnee. Im Sommer heißt es, dass es kühl wird und eventuell kräftige Gewitter gibt. Die Gewitter können wir streichen, aber ja, es wird kühl in Deutschland und Mittwoch wird der schlechteste Tag der Woche. Aber danach, tja, danach breitet sich wieder Warmluft aus hier über Deutschland und es erwartet uns ein richtig tolles sommerliches Sommerwochenende. Und tja, was passiert danach? Das wissen wir nicht so ganz genau. Die Wettermodelle sind sehr sprunghaft im Augenblick. Es könnte sein, dass sich wieder so eine nordwestliche Strömung ausprägt, dass es wieder ein bisschen kühler wird. Aber wie gesagt, das ist noch nicht ganz sicher. So, was sicher ist, das sind die Temperaturen diese Woche. Montag kein Problem, toller sommerlicher Tag. Dann am Dienstag kommt Regen hier aus dem Nordwesten. In weiten Teilen des Landes bleibt es aber noch sehr sommerlich. Dann kommt der Mittwoch. Und Mittwoch, den ersten Tag zu vergessen, wird kein schöner Tag werden. Kaum 20 Grad und Regen. Naja, dann kommt Donnerstag, da wird es schon wieder besser. Im Osten noch ein paar Schauer, vielleicht sogar Gewitter. Und am Freitag kamen wir schon wieder sommerliche Werte. Und am Samstag ebenfalls. Und dann kommt Samstagabend. Und da, das wird die wärmste Nacht der Woche. Und da gibt es eine laue Sommernacht, nicht nur am Rhein. Da kann es örtlich sogar vielleicht eine tropische Nacht geben mit ein bisschen Glück. Nein, auch im Norden bleibt es sehr warm mit 16 Grad in der Nacht. Gibt es da eine tolle Sommernacht, hatten wir bisher auch noch nicht so oft. Am Sonntag ist es dann im Ganzen dann warm bis heiß. Also wir sehen sogar, in Mecklenburg könnte es sogar vielleicht an die 30 Grad so ein bisschen rangehen. Da könnte die Temperaturen örtlich mal dran kratzen. Also es wird wirklich ein toller Tag werden. Und wie gesagt, was danach passiert, naja, ist nicht ganz sicher. Im Augenblick sieht es so aus, als wenn es im Süden heiß bleibt, sich im Norden nochmal abkühlt. Aber ich habe die berechtigte Hoffnung, dass sich die Wettermodelle auch nochmal ändern. Denn von einem Tag kommt vom anderen sind sie tatsächlich im Augenblick sehr sprunghaft. Und ich setze meine ganze Hoffnung da rein, dass eigentlich der Sommer sich noch weiter fortsetzt. So wie es eigentlich auch sein soll Ende Juli. Insofern soll man die Hoffnung nicht aufgeben. Müssen wir ein bisschen beobachten, was Anfang nächster Woche tatsächlich passiert. Die besten Feiersagen für ihren Ort finden Sie auf www.weiter.com.